Und Sie kleben am Boden fest. Euren Körper kleben am Boden fest. Ich zähle von 1 bis 3, weil die Zahl 3 angelangt. Könnt ihr eure Augen öffnen, aber ihr werdet feststellen, dass aufgrund der Kraft eures Unterbewusstseins der Boden am Körper festklebt oder der Körper am Boden. Ihr habt ihn nicht mal sehen. Macht euch bereit. 1, 2, 3. Komplett fest. Augen auf. Jetzt. Seid ihr bitte mal so lieb? Ich lasse euch mal kurz hin. Einmal aufstellen, bitte hinsetzen. Na komm, das vergeben wir euch noch nicht. Wie geht es dir hier? Ein bisschen kalt. Das ist normal, weil der Blut rüber runter. Aber sonst geht es dir ruhig? Ich werde dir gleich ein bisschen Wärme so geben. Kannst du noch etwas aufstellen, bitte? Ich gebe dir die Hand im gleichen Moment, dass der Körper komplett frei ist. Hap, jetzt. Das geht, das geht. Traurig. Komm mal, locker. Komplett frei, du kannst aufstecken. Komm mal, ich habe ein Sturz, der sich da vorne, dann habe ich dann wieder da Platz, der wird. Oh, noch ein Sturz, genau. Wie dann brauchst du da mal, was du einplanst? Fünf Minuten. Okay, ich schau mich mal kurz an. Schlaff, aber tiefer und tiefer. Die Spannung, vollkommen wohl, sicher und geborgen. Vollkommen wohl, sicher und geborgen. Du hast ja gesagt, dass die kalt sind, die versuchen wir dir jetzt wärmer. Die müssen feststellen, dass die jetzt wärmer wird, immer wärmer, immer wohler geht, die fühlt sich vollkommen wohl, der Körper hat eine angenehme Temperatur, mach dich bereit, komm auf. Jetzt. Hey, besser. Cool. Hey, besser. Hey, besser. Hey, besser.